Hallo und willkommen bei einem neuen Part bei Zelda und vor mir die Aufgabe von Direk hier weitermachen werde, werde ich mir erst mal dieses Gebiet mit euch holen und dann nach sofort dieses Gebiet hier erstmal holen. Ihr habt gesehen, der Turm hier ist sehr sehr hoch, dafür habe ich es wirklich sehr sehr lang gesucht, um den zu finden. Ich bin ja schon mal mit einiger letzter Part von mir mit euch hier rumgelaufen, habe keinen Turm gefunden, der Turm befindet sich genau hier. Ja, so und weil der Turm so hoch ist, müsst ihr auf jeden Fall erstmal den komplette Weg hier, den dort sieht, hochgehen und dann am besten habt ihr schon Revali, ähm, sein, sein, ähm, seine Fähigkeiten, damit ihr dann ganz einfach so der Turm kommen tut. Aber außerdem müsst ihr natürlich trotzdem hochgehen. Voila! Gut, den Turm hier hätte wieder mit. Ja, wunderbar. So, das komplette Gebiet hätte wir. Ich sehe sie auch gerade, äh, mal gucken, da waren wir schon, ähm, jetzt holen wir den Turm hier, und die Frage ist, wo gehen wir dafür am besten hin? Ich würde ja sagen, dafür gehen wir am besten beide Vogel hin, um dieses Gebiet irgendwie zu erreichen, weil da fehlt uns nämlich auch noch ein Turm, die Stelle habe ich so markiert, wo der ungefähr ist. Habt natürlich mit dem Internet nachgesehen, wo die ganze Turm sind, die zwei, die es noch fehlen. Und dann können wir ja Revali seine Aufgabe dort machen. Mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall dort irgendwo hin. Das heißt, wir werden erstmal runtergehen und hier ist verdammt kalt. Ein Revali-Sturm haben wir noch zur Verfügung. Ah, wir werden erstmal Richtung Zielpunkt gehen. Ah, da ist der Thompson. Wunderbar. Der ist direkt da, die Nähe. Ob man am Wasser schwimmen kann, ähm, wenn es so kalt ist. Ich glaube, man kann nicht schwimmen, wenn es so kalt ist. Ja, wir werden erstmal was Warmes anziehen. Und dann gehen wir erstmal weiter mit Revali kommen wir da problemlos hoch. Ich würde Wasserfall lang gehen. Ich glaube, die Kälte können wir dort nicht schwimmen. Und go! Ähm, ich wünsche mir Revali kommt man noch höher hoch. Aber, leider müssen wir der Rest zu Fuß gehen. Ich möchte sagen, kurz bin der Outfit. Sonst packe wir niemals, auch wenn es kalt ist. Aber hier, ich glaube, es ist nicht mehr so kalt. Okay, fast gepackt. Hoffen wir, dass Link das packt. Ja, aber... Okay. Link den Auslau. Ja. Das ist... Weißt du was, ich muss den Wasserfall hoch. Muss ich ja unbedingt testen, ob das Ganze auch geht, auch wenn es so kalt ist. Ah, auch wenn es kalt ist, kann man schwimmen. Gut, hätte ich mir dann vor Anfang an machen sollte. Aber jetzt sind wir erst mal oben. Gut, jetzt schieben wir was warmes an. Und Tom haben wir es mal gesehen. Geradeaus müssen wir... Die Frage ist... Ich würde sagen... Wir versuchen da hochzukommen. Weil wir müssen auf die andere Seite unbedingt. So, wunderbar. Der erste Aufstieg wäre schon mal gepackt. Und dann können wir danach die ganze Recke-Aufgabe noch erfüllen. Ich würde sagen, wir klettern hier. Müsse eigentlich gehen. Weil da können wir nochmal, glaube ich, Ausruhe bei den Absprungen. Geht das? Kann man ausruhen? Hoffentlich. Nö, kann man sich nicht ausruhen. Deswegen, auch wenn es leider kalt ist... Kann man nichts machen. Dann muss ich leider die Kletterrüstung anziehen. Weil mir hier ein paar Herze auf jeden Fall verliere werde. Wir waren nicht doch geradeaus zur Gefest gesetzt. Deswegen... Müssen wir damit versuchen. Weil ihr seht das sehr, wie hoch der Berg ist. Sonst schafft man das nicht. Aber völlig zu Glück, nicht allzu viele Herze. Uh, fast gepackt. Das war richtig knapp. Und da kommt wieder der Blutmond. Und dort ist der Turm. Gut, ich kann mir ja wieder wechseln. Dort ist ja wieder der Turm. Dann gehen wir dorthin. Was kommt denn mit Blutmut so wieder? Kommt es schon wieder? Ich glaube ja. Aber der Turm, wo wir hin müssen, ist ganz da vorne. So, bis dahin können wir, glaube ich, hier Ravali Sturm einsetzen. Sobald ich mir das dann gemacht habe. Wir kommen näher. Ist das schon mal gut. So, Fledermolle ist erstmal vernichtet. Und dann gehen wir weiter zu den Turm. Und da haben wir auch das letzte Gebiet, die ich jetzt in den Party bekomme. Und ab danach machen wir alle Reikaufgabe. Non-stop-durst auf jeden Fall. Aber die Gebiete brauche ich hier. Weil die Reikaufgaben befinden sich nämlich auch in die neuen Gebiete, wo ich noch gar nicht war. Und deswegen müsst ihr mir das fix machen. Bei der Soha muss ich das gar nicht mehr machen. Da hatte ich jetzt noch alle Gebiete. Das haben wir euch gemacht. Aber die beiden hier fehlen noch. Oh, da kommt der Blutmund. Genau, wenn ich fliege. Die Nacht des Blutmundes ist erneut gekommen. So. Ich komme hier weiter dran aus. Mit dem Wali-Storm ist ich dann auf jeden Fall wieder einsetzbar. Bis ich mir vorne anstoße. Dann kommen wir da auch ganz einfach nach oben. Auf jeden Fall die Türme zur Reise ist mega schwer. Weil um die ich zu erreichen möchte ich das Spiel andersweise durchgespielt habe. Hier ist kalt. Und klar Warme drin gibt es auch. Aber es ist sonst nur richtig schwer zu erreichen. Man kann da ohne Wali-Storm hochkommen. Muss aber alles wegschmelzen lassen. Wenn wir das noch zur Verfügung bekommen, können wir das auch einsetzen. Ja, gut. Uh, das war knapp. So. So, auch das letzte Gebiet hätte wieder mit. So, der Part wird auch wieder nur halb schon lang wie die letzte Part. Weil alle anderen Dinge, die man noch machen müsste, werde ich dann jeweils im Part getrennt aufnehmen. Deswegen sind die da ein bisschen länger. So, damit. So, damit. Hätten wir das letzte Gebiet. Gut, dann belohnen bekommen wir nichts, weil wir alle Gebiete jetzt haben. Genau, den Turm brauchen wir. Weil irgendwo hier befindet sich da, wo wir hin müssen. Klar, müssen wir es erst dahin, werden wir auf jeden Fall machen zuerst. Aber, deswegen wollte ich noch mit euch noch diese Part, noch die komplette Gebiete machen. Wie man seht, jetzt habe ich die komplette Karte aufgedeckt. So, aber dann sage ich mal, der nächste Part, Leute, geht es weiter mit Zelda. Sag ich mal, bis dann und haut rein. Bis dann, was macht noch eine Baumgartner. Bis dann. Kai, sich mal.